Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das böse Ja-Wort am Telefon und wie man sich vor ungewollten Kosten schützen kann. Als kleine Randinformation, in Cottbus hat die Bundesnetzagentur erweitert, also ihren Standort. Die Bundesnetzagentur in Cottbus hat komplett ein neues Gebäude gebaut, um 100 neue Beschäftigte hinzuzufügen. Um eben mehr Kapazitäten zu haben. Schon Wahnsinn. Abzocke am Telefon. Möglichst nicht Ja sagen. Telefonbetrug führt zu unberechtigten Forderungen. Angerufene werden gedrängt, unbedingt Ja zu sagen. So schützt ihr euch. Das Wichtigste in Kürze. Nach Anrufen erhalten Verbraucher plötzlich Rechnungen, obwohl sie nichts bestellt haben. Habt ihr keinen Vertrag bewusst zugestimmt, müsst ihr Forderungen aus so einem Telefonat auch nicht bezahlen. Komme was wolle. Die Musterbriefe oder eben entsprechende Musterbriefe von der Verbraucherschutzzentrale helfen bei der Abwehr unberechtigter Forderungen. Die hier genannten Musterbriefe bekommt ihr auf der Webseite verbraucherzentrale.de. Oder einfach mal passend zum Thema auf Google gehen und hier Verbraucherzentrale Musterbriefe eingeben. Dann gelangt ihr auch zu diesen Musterbriefen, die die Webseite bereitstellt. Auch nicht nur zu diesem Thema. Da gibt es eine ganze Menge, was man auf dieser Webseite eben auch nochmal zuzüglich erfahren kann. Mit Verträgen, die angeblich am Telefon abgeschlossen wurden, werden Verbraucher zunehmend unter Druck gesetzt. Betroffene berichten, dass sie am Telefon laut und deutlich Ja sagen sollen. Dazu stellen die Anrufer zum Beispiel Fragen wie, hören Sie mich? Naja, kann man eigentlich nur mit Ja antworten. Tja, einige Tage später erhalten die Angerufenen dann die Vertragsunterlagen oder eben sogar die Rechnungen. Der Absender behauptet, die Betroffenen hätten doch am Telefon zugestimmt. Wie Medienberichten werden in Extremfällen das ganze Telefonat so zusammengeschnitten, dass da ein Vertrag mit dem Wort Ja passend an der richtigen Stelle abgeschlossen wurde. Dabei hat es tatsächlich nie einen Vertragsabschluss gegeben. Also ihr habt das ganze Gespräch noch vor der Bandansage komplett abgebrochen. Deshalb die gute Nachricht, sollte euch sowas passieren, müsst ihr die Rechnung auf keinen Fall bezahlen. Ihr solltet eine eventuelle Rechnung jedoch auch nicht einfach so ignorieren, sondern ihr solltet euch eben dagegen wehren. Das heißt, kommt ihr irgendwann mal in den Genuss, einen tollen, tja, Vertrag zugeschickt zu bekommen, den ihr gar nicht haben wolltet, dann wehrt euch dagegen. Meldet euch einfach auf der Verbraucherschutzzentrale oder bei der Verbraucherschutzzentrale bei euch in eurer Umgebung. Geht dazu einfach auf Google, gebt Verbraucherzentrale ein oder Verbraucherschutzzentrale. Völlig egal, ihr kommt immer auf die richtige Seite. Und lasst euch dort dann in diesem Fall beraten. Ihr braucht auch als allererstes erstmal keinen Anwalt. Man kann sich auch ohne Anwalt dagegen wehren. Ein Ja in einem Telefonat zu vermeiden, wäre konsequent, ist aber kaum realistisch. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, auf die man eben mit Ja oder mit Ja einfach reagieren kann, ist ganz klar. Und das auch aus Reflex einfach tut. So reagiert ihr bei unbekannten Anrufern richtig. Beantwortet Fragen einfach im ganzen Satz. Zum Beispiel, können Sie mich hören? Dort antwortet ihr einfach mit, ich höre Sie. Dann kann man das Ja sparen. Das Problem ist, dass viele hier aus Reflex sagen werden, ja, ich höre Sie. Naja, es ist halt eine Art von Konzentration, was man sich aneignen muss. Sagt dem Anrufer mit bestimmtem Ton, dass ihr einfach kein Interesse habt. Im Zweifel, legt einfach auf. Das ist der schnellste Weg und ihr habt keinen Stress mit der ganzen Geschichte. Auch wenn, ja, die Sache mit dem Hinhalten das Ganze schon, naja, ziemlich attraktiv macht und ihr die Leute da gerne verarschen wollt. Im Grunde genommen, die rufen euch auf eurem echten Namen an. Nicht so wie hier auf diesem Kanal, dass es dazu Fake-Identitäten gibt. Ihr werdet ja persönlich angerufen. Das heißt, die Angreifer oder Anrufer oder wie auch immer man sie nennen mag, die haben eure Unterlagen, eure Daten, euren Namen höchstwahrscheinlich. Also Telefonnummer ist ganz klar, aber vielleicht sogar noch das Geburtsdatum. Ja, und die Anschrift, wenn es ganz blöd läuft. Und in diesen Fällen, legt einfach auf, dann tut ihr euch auf jeden Fall den meisten Gefallen dabei. Denn dann kommt ihr nicht in diesen Genuss, dass man da irgendeinen Fake-Vertrag bekommen kann. Sollte das Angebot, was ihr am Telefon hört, vielleicht ein Angebot sein, das ihr gerne in Anspruch nehmen möchtet, notiert euch den Namen und das Unternehmen des Anrufers, sowie Datum, Uhrzeit und Rufnummer und was am Telefon besprochen worden ist. Nehmt euch die Zeit dazu. Jeder legale Anruf, also jeder legale Werbecall, der nimmt sich da auch die Zeit am Telefon. Sollte ein Werbeanruf ohne eure Einwilligung erfolgen, beschwert euch mit diesen Daten bei der Verbraucherzentrale und bei der Bundesnetzagentur. Also nicht sowohl als auch, sondern am besten immer gleich bei beidem. Dann passiert da höchstwahrscheinlich wenigstens auch schneller was. Natürlich, wenn der Name des Anrufers falsch ist, das Unternehmen falsch ist, die Telefonnummer falsch ist, dann verläuft das Ganze im Sand. Aber man muss es probieren. Man weiß es nicht. In manchen Fällen sind es die echten Daten. Wenn euch deutschsprachige Mitarbeiter anrufen, ist es ganz, ganz oft so, dass die ihre eigenen echten Namen benutzen und dass auch die Firma stimmt, da die Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland schon sehr weit geht. In manchen Fällen zu weit, aber in diesen Fällen ist sie auf jeden Fall richtig. Naja, und dann kann man das Ganze auch nutzen. Das verspricht zwar keinen Erfolg, könnte aber Erfolg werden und, naja, wer es nicht versucht, der kann es halt eben auch nicht wissen. Ich habe euch allerdings noch ein anderes aktuelles Thema mitgebracht und zwar Log-Anrufe mit 0137 und 0900. Anrufe in Abwesenheit. Ihr habt einen Anruf in Abwesenheit auf eurem Handy oder dem Festnetztelefon, der anscheinend von einer 0900 oder 0137 Nummer stammt? Euch wurde per Bandansage mitgeteilt, dass ihr einen Geld- oder Sachpreis gewonnen hättet und diesen nur noch per Anruf einer 0900er Nummer anfordern müsst. In beiden Fällen solltet ihr vorsichtig sein, beziehungsweise ist von vornherein eigentlich klar, dass es Blödsinn ist. Denn Betrüger versuchen gerade an euer Geld zu kommen, auch wenn sie euch hier Geld versprochen haben oder irgendeinen tollen Gewinn. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man etwas gewonnen hat, dann gibt es dazu Regelungen in Deutschland. Und die lauten auf jeden Fall nicht, dass man nur über eine 0900er Nummer, die ein Schweinegeld kosten, dass ihr da an euer Geld rankommt. Man könnte die postalisch erreichen, man könnte die vielleicht auch per E-Mail erreichen, vielleicht kann man sogar hingehen. Es kommt immer darauf an, was es ist. Aber ein Anruf auf einer kostenpflichtigen Hotline in so einem Fall, naja, da ist von vornherein was faul. Neben dem Trick, arglosen Menschen am Telefon einen angeblich gewonnenen Geld oder Sachpreis zu versprechen, sind in den vergangenen Jahren regelrechte Wellen von Anrufen in Abwesenheit über Deutschland hinweggerollt. Das Ziel der Täter war immer das gleiche, abzockern oder abzocken auf Kosten Dritter. Also an euer Geld. Und so funktionieren Lock-Anrufe mit 0137 oder 0900 oder 0088, nummrentechnisch. Lock-Anrufe sind eine Mischung aus technischer Trickserei und Irreführung argloser Handybesitzer bzw. Festnetztelefonbesitzer. Die Täter mieten zunächst einmal eine hochtarifierte 0137 oder 0000-Nummer, sodass diese bei der, also wenn ihr dort anruft, dass der Eigentümer dieser Nummer dort mitverdienen kann. Dann wählen sie über Computer eine Vielzahl von Telefonnummern an. Die Nummern lassen sich öfter mal im Darknet aus Datenlecks von Social Media oder durch Dummfang-Webseiten mit blödsinnigen Gewinnspielen einsammeln. Das ist ganz einfach. Mithilfe von multiplen Anschlüssen, PMX, können bis zu 30 Nummern gleichzeitig angewählt werden. Oft werden auf diese Weise sogar ganze Rufnummernblöcke einfach durchtelefoniert. Also zum Beispiel fängt man an, alle Nummern von 0172 ab der 0000000 und so weiter bis zur 0172 9999 und so weiter durchzutelefonieren. Ja, da seid ihr an einem Tag mit einem Rufnummernblock sicherlich irgendwann durch. Ihr müsst letztendlich nur kurz anklingeln. So erklärt sich auch die öfter gestellte Frage von Betroffenen, wie ist der an meine Nummer gekommen? Tja, es ist reiner Zufall. Man telefoniert einfach alle Telefonnummern durch. Eine Telefonnummer basiert auf einem ganz einfachen Prinzip. Fortlaufende Nummern. Und hinter jeder Nummer könnte jemand stecken. Nach kurzem Anklingeln unterbrechen die Abzocker die Verbindung dann einfach wieder. Diese Zeit reicht aus, um eine bestimmte Rufnummer zu übermitteln. Dabei, also die dabei eingesetzte Technik heißt Clip No Screening. Das heißt, ich überschreibe einfach die Rufnummer, mit der ich gerade anrufe und zeige dann einfach die teure 0137 oder 0900 Nummer einfach an. Und diese ruft ihr dann zurück. Nicht die Rufnummer, mit der euch der Betrüger angerufen hat. Tja, im Handy-Display oder auch im Telefon-Display des Opfers erscheint dann die Service-Hotline. Tja, und die wählt man dann zurück. Und daran kann der Angreifer bzw. der Betrüger, Abzocker, wie auch immer wir das nennen wollen, der verdient da einfach mit. Das bedeutet, von Telefonbetrug kann absolut jeder von euch zum Opfer fallen. Ob ihr das wollt oder nicht. Ob ihr dazu schlau genug wart, euch in Gewinnspielen anzumelden oder nicht. Das heißt, das kann wirklich absolut jedem ausnahmslos treffen. Ihr habt ein Handy, ihr habt ein Festnetz. Tja, und wenn das klingelt, dann klingelt es. Da könnt ihr nichts dran ändern, ob ihr das jetzt selbst verursacht habt. In vielen Fällen, wie man hier ja liest, eben nicht. Man wählt einfach die ganzen Rufnummernblöcke durch. Und da kann jeder mal dran sein. Die Masche ist klar. Die Täter hoffen, dass die Angerufenen nicht auf die Vorwahl achten, sondern einfach zurückrufen, weil sie glauben, dass sie tatsächlich jemand erreichen wollte. Aus diesem Grund werden Lock-Anrufe mit den Vorwahlen 0137 oder 0900 oder sogar die 0088. Also die 088 wäre zum Beispiel tatsächlich in jedem Fall immer eine Satellitentelefonnummer. Von denen der Täter auch gerne in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden mal anruft. In dieser Zeit seid ihr noch vielleicht verschlafen und rennt zum Telefon, um dort ranzugehen und guckt gar nicht aufs Display und ruft schnell zurück. Da nutzt man tatsächlich einfach noch die Matschigkeit in der Birne aus, wenn man gerade aufsteht. Und es gibt viele, die vielleicht auf einen wichtigen Anruf gewartet haben zu diesem Zeitpunkt. Und weil das hätte sein können, ruft man schnell zurück. Und wenn man noch verschlafen ist, dann sieht man das Telefondisplay vielleicht nicht. Mit zunehmendem Alter ist das auf jeden Fall so. Tja, und so versucht man, selbst aufs Dummfang zu gehen, obwohl ihr dafür nichts könnt. Das heißt, ihr könnt zum Opfer werden, obwohl ihr alle Regeln befolgt habt. Aber ruft ihr einfach nur eine simple Telefonnummer zurück. Ich meine, das ist so was Banales. Das machen wir jeden Tag. Und ihr ruft einfach die Nummer zurück und schon entstehen Kosten, für die ihr nichts könnt. Vom Prinzip her ist das nochmal eine genauere Beschreibung von diesen Ping-Anrufen, wie ich es zuletzt in den Infovideos hatte. Sie gibt es nicht mehr so oft. Aber sie gibt es noch. Übrigens finden diese Anrufe meistens am Wochenende statt. Also da, wenn ihr vielleicht wirklich noch verschlafen von einer Party im Bett liegt. Und vielleicht auch ausschlaft. In den vergangenen Jahren hat sich bei den Lock-Anrufen eine perfide Vorhergehensweise der Täter herauskristallisiert. In aller Regel starten die Abzocker ihre Anrufwellen am Freitagabend ab etwa 21 Uhr. Und setzen diese dann über das gesamte Wochenende bis zum frühen Sonntagabend fort. Also genau zu den Zeiten, wo die meisten tatsächlich unterwegs sind und nicht zu Hause sind. Oder eben schon im Bett sind. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Am Wochenende arbeiten die Nummernprovider nicht, bei denen die 0137 oder 0900 Nummern angemietet sind. Außerdem können die Täter davon ausgehen, dass sie am Wochenende, an Feiertagen oder in Ferienzeiten die meisten Opfer am Handy eben auch erreichen. Beziehungsweise viele auch sofort zurückrufen, weil sie den Anruf verpasst haben. Lock-Anrufe werden manchmal auch Ping-Anrufe oder Ping-Calls genannt. Der Begriff wurde aus der Computerwelt übernommen. Dort überprüft man mit einem Ping-Befehl, ob der gegenüberliegende Rechner noch da ist und meldet sich dann zurück. Ob der Rechner eben auch mit dem Netzwerk verbunden ist. Und naja, ruft ihr jetzt zurück, seid ihr quasi die Antwort. Naja, und die Antworten. Nicht nur, dass ihr das auch bezahlt, dass ihr dort anruft. Die Antworten, die können sich die Betrüger auch merken. Und dann die Nummer als Treffer weiterverkaufen. Das heißt, ihr teilt denen mit, dass diese Rufnummer funktioniert, wenn ihr da zurückruft. Was wiederum bedeutet, dass der Anrufer die Nummer verkaufen kann für Werbeanrufe, die ihr nie zugestimmt habt. Weil der Anrufer bzw. der Gegner, der weiß Bescheid, dass diese Rufnummer funktioniert. Das weiß er übrigens auch dann, wenn der Anrufbeantworter rangeht. Das heißt, so ein Anrufbeantworter, der kann auch mal was Negatives mit sich bringen. Ja, und dabei, wenn ihr diese Rufnummern aus Versehen zurückruft, können euch jede Menge Kosten entstehen. Wenn ihr auf einen Loganruf hereingefallen seid und anruft, aus Versehen wie auch immer, entsteht euch je nach Nummer unterschiedlich hohe Kosten. Handelt es sich bei dem Anruf um eine 0137 Rufnummer, müsst ihr damit rechnen, dass euch auf der nächsten Mobilfunkrechnung bzw. Festheitsrechnung zwischen 49 Cent und 2,50 Euro abgebucht werden. Bei 0900 Nummern können bis zu 30 Euro pro Anruf auflaufen. Und das schon nach der ersten Sekunde auf dieser Leitung. Das heißt, da geht der Automat ran, der quatscht euch kurz mit irgendwas zu und dann können sofort 30 Euro auflaufen. Bei Satellitennummern mit der Vorwahl 088 können es immerhin noch bis zu 5 Euro pro Minute sein. Eine genaue Übersicht kann man sich von seinem Telefonanbieter oder einfach über Google raussuchen mit den verschiedenen Sonderrufnummern. Einfach das Wort Sonderrufnummern googeln oder beim Telefonanbieter mal nach Sonderrufnummern schauen, was die kosten. Und hier findet man dann die ganzen Vorwahlnummern und die entsprechenden Preise. Es gab oftmals das Gerücht, dass es diese Sonderrufnummern gar nicht mehr gibt. Doch, sie gibt es noch. Nur für Kundenservice sind sie nicht mehr so ganz legal, beziehungsweise nicht mehr im Minutentakt. Man darf dann nur noch einmal 50 Cent oder so ergaunern, auch die legalen Unternehmen, für den ganzen Kundenservice. Umgehen kann man das Ganze übrigens mit der Webseite 0805.info. Auf dieser Webseite könnt ihr aus diesen 0805 Telefonnummern, die in der Regel so 49 Cent kosten einmal pro Anruf, kann man sich die Festnetztelefonnummern raussuchen lassen. Klappt nicht immer, aber bei vielen Anbietern. Und dann ruft ihr auf der Festnetznummer an. Denn diese Hotline-Nummern sind nichts anderes wie eine Weiterleitung. Das heißt, man ruft auf dieser Rufnummer an und diese Rufnummer stellt ja erst mal durch ins Callcenter. Die Rufnummer ist ja nicht das Callcenter, sondern die Rufnummer leitet einfach an den Festnetzanschluss des Callcenters weiter. Und diese Telefonnummer hat dahinter halt eben ein Hotline-System, wo viele Mitarbeiter dran sitzen. Das heißt, viele Sprachkanäle über eine Rufnummer, meinetwegen auch über verschiedene Rufnummern, das ist völlig egal. Aber die Eingangsrufnummer ist erst mal die Service-Rufnummer. Und die hat immer eine Festnetznummer dahinter, die man rausbekommen kann, wenn sie irgendwann schon mal geleakt wurde. Das passiert ganz oft durch Mitarbeiter oder eben, ja, also man findet sowas raus. Manchmal schreiben die Unternehmen selbst woanders denn ihre Festnetznummer hin. Und dann kann man da eben auch jede Menge Geld sparen. Sollte man auf jeden Fall wissen. 01805.info Noch eine kleine wichtige Information. Immer wieder wird im Internet und in Mails das Gerücht verbreitet, dass Anrufer auf bestimmten 0137-Nummern, also dass da horrende Kosten entstehen können, weil die Verbindung ohne Wissen des Anrufers bis zu einer Stunde lang gehalten werden könnte. Bei diesem Bericht, oft als Warnung formuliert, handelt es sich jedoch um eine Falschmeldung. Ja, eine sogenannte Horx. 0137-Nummern werden eventbasiert abgerechnet. Also pro Anruf und damit unabhängig von der Verbindungsdauer. Das heißt, ihr ruft einmal an und die Kosten sind schon passiert. Gleiches gilt natürlich auch für die 01377-Nummer. Also nicht nur die 0137, sondern auch 01377. Aber schaut euch dazu vielleicht einfach wirklich mal die ganzen Preistabellen zu den Telefonnummern an. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man viel mit dem Festnetz-Telefon telefoniert, so eine Liste vielleicht auch neben dem Telefon liegen zu haben. Im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit, über euren Telefonprovider, egal ob Festnetz oder Mobilfunk, da gibt es die technische Möglichkeit, ruft dort einfach mal an und ihr könnt diese Rufnummern generell grundsätzlich absolut sperren lassen. Dann geht keine Servicenummer mehr, die Geld kostet. Es gibt auch die 01805-Nummern, die oft noch verwendet werden, aber es wird immer weniger. Die meisten nutzen tatsächlich kostenlose 0800, also 0800 ist und bleibt kostenlos. Allerdings, diese Telefonnummer könnte dann in Einzelfällen auch nicht funktionieren, wenn ihr die Servicenummern sperren lasst. So, und jetzt habe ich euch noch ein paar Paragraphen mitgebracht. Zivilrechtlich sind Lokanrufe mit teuren Nummern unverlangt zugesendete Werbung. Unverlangt zugesendete Werbemitteilungen stellen einen Verstoß gegen die Paragraphen 1, 3 und 7, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG dar. Meine Güte, ganz viele Abkürzungen. Man kann also unter Berufung auf Paragraph 823 Absatz 1 BGB Schadenersatz in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und Paragraph 1004 BGB Unterlassungsanspruch gegen die Täter erlangen, wenn man mit einem Anwalt dagegen vorgeht. Kostet wieder ein bisschen Geld, aber naja, in der Regel kann man das Ganze nachweisen. Und ihr habt die Firma, die das gemacht hat, was in den meisten Fällen ja nicht so ist, dann hat man die Möglichkeit eben das Ganze zur Anklage zu bringen und dann kann man das Schadensersatz rausholen. Das heißt, auch die ganzen Prozesskosten, Anwaltskosten, alles was man da hatte, muss die Gegenseite dann bezahlen. Tja, das Problem ist, meistens rufen sie ja aus dem Ausland an, naja, dann kann man halt nicht so viel machen. Also das ist halt, ja, wir haben Rechte dafür, wir haben jede Menge Rechte, was das angeht. Naja, nur nutzen muss man sie halt können. Versuchen würde ich es schon immer mal. Lasst euch, wenn ihr in so einem Fall mal seid, lasst euch von den Verbraucherschutzzentralen und auch von den Bundesnetzagenturen einfach beraten. Die werden euch sagen, ob es sich lohnt, hier eben eine Anklage zu erheben oder eben auch nicht. Strafrechtlich dürften Lockanrufe einen versuchten Betrug darstellen. Schließlich wird bei den Betroffenen der Irrtum erweckt, dass tatsächlich jemand sie erreichen wollte. Na, holen sie dann, um ihr Geld zu bringen. Zu diesem Schluss kam beispielsweise die Staatsanwaltschaft in Augsburg, die im Jahr 2003 auf Betreiben von deilerschutz.de ein Sammelverfahren gegen die 0137-Abzocker führte. Aktenzeichen ist hier die 304 JS 10 30 92 Schrägstrich 03. Also es gibt hier schon tatsächlich ganze Fälle, die auch ausdiskutiert wurden und wo auch gewonnen wurde. Und letztendlich ist es ein Betrug. Also gehört diese Masche auch zu den Abzockern. Zu einer ähnlichen Wertung kam die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die Anfang 2007 ein Ermittlungsverfahren gegen Drahtzieher und Beteiligte einer Welle von Lockanrufen mit 0137-Nummern über Weihnachten 2006 führte. Zwar lehnte das Landgericht die Verfahrenseröffnung zunächst einmal ab, wurde dann jedoch vom Oberlandesgericht in Oldenburg überstimmt. Auch das Landesgericht Hildesheim entschied im Februar 2004, dass Lockanrufe mit 0190-Nummern gewerbsmäßiger Betrug darstellen. Hierzu gibt es auch wieder ein Urteil vom 15. Februar 2004. Nun kann man zwar sagen, dass, tja, ihr habt ja selbst die Rufnummer angerufen und seid vom Prinzip her, was den Betrug angeht, selber schuld. So ganz einfach ist es doch jedoch nicht. Denn es gibt Situationen, in denen man selbst nicht unbedingt her der Lage ist. Betrunken, gerade beim Aufstehen, mitten in der Nacht. Und genau dann rufen eben auch diese Anrufe an, an den Wochenenden, an Feiertagen und nachts, beziehungsweise sehr frühmorgens. Von daher sind die Chancen nicht schlecht, dass man das Ganze auch gewinnen kann. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Teil, was kann ich da eigentlich als Opfer gegen Unternehmen, im nächsten Infovideo weiter. Denn wir sind jetzt hier schon ein bisschen länger als die üblichen Infovideos. Normalerweise gehen die hier immer so bummelig 10 Minuten und jetzt haben wir schon deutlich über 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil schon mal so weit gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn euch solche Themen auch weiter interessieren. Teilt gerne auch meine Videos. Und ihr findet jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Und ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.